Ja dann, hallo und herzlich willkommen zu Teil 1 dieser Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel. Für uns natürlich das Auswärtsspiel gewesen. Markus, zunächst mal deine Analyse zum Spiel. Wie gut tut das heute, sich auch für die Leistung entsprechend mit Punkten belohnt zu haben? Ja, guten Abend zusammen. Wir haben heute gegen eine richtig gute Mannschaft gespielt. Das hat man auch, glaube ich, gesehen, dass sie zu Recht auch da oben stehen, weil sie schon einen guten Fußball spielen. Wir kommen natürlich aus zwei Niederlagen und Fürth hat natürlich eine breite Brust. Das hat man in den ersten paar Minuten dann auch gesehen und dann sind wir aber ganz gut ins Spiel wieder reingekommen, haben ein, zwei Möglichkeiten zugelassen und haben dann aber selber auch Möglichkeiten kreiert. Und das Verrückte an der ganzen Sache ist, die Chancen, die wir eigentlich reinmachen müssen über Tobi und über Marvin, die machen wir dann nicht. Und die Situation, die wir dann bekommen, wo du sagst, naja, der muss jetzt zwangsläufig nicht reingehen, der geht dann rein. Und wir haben aber auch nicht mehr wirklich viel zugelassen dann und haben das Spiel, glaube ich, ganz gut kontrolliert. Auch in der ersten Halbzeit auch ein paar gute Passagen drin gehabt und immer wieder nach vorne gespielt gegen, wie gesagt, eine richtig gute Mannschaft. Und ja, in der zweiten Halbzeit schießen wir dann mit einer richtig guten Aktion nach vorne, schießen wir dann super herausgespieltes 3-0. Und hast dann noch das quäntchen Glück auf deiner Seite mit der Standardsituation, aber das haben wir uns dann auch verdient. Wir haben so viele Punkte diese Saison bisher liegen gelassen, wo wir ganz klar die bessere Mannschaft waren. Heute war es so auf Augenhöhe, wobei wir in der zweiten Halbzeit schon mehr verteidigt haben und führt da wesentlich mehr Spielanteile hatte, was aber auch logisch war aufgrund des Ergebnisses. Und ja, muss den Jungs ein Kompliment machen nach den zwei Ergebnissen, die wir jetzt hinter uns haben. Und wenn man dann sieht, wie die Spiele gelaufen sind, wir müssen gegen Düsseldorf das Spiel gewinnen, sage ich immer noch, und wir dürfen gegen HSV auch nicht verlieren. Und das waren zwei Nackenschläge und wie die Jungs dann hier aufgetreten sind, auch wenn es dann am Anfang die ersten paar Minuten ein bisschen schwierig war, was aber auch klar war, dann muss man den Jungs schon ein Kompliment machen. Bringt uns allerdings nichts, wenn wir jetzt gegen Würzburg nicht nachlegen. Wir müssen unsere Heimspieler auch ziehen, wir müssen unsere Heimspieler auch gewinnen und was halt ein bisschen bitter ist, ist halt, dass die gelb-rote Karte für Lasse, das tut uns natürlich weh. Und naja, zum Glück ist zumindest Rappo zurückgekommen und hat ein paar Minuten bekommen, sodass wir dann die Möglichkeit haben, beim nächsten Spiel da auch wieder darauf zurückgreifen zu können. Und ich hoffe, dass das Personal sich nach und nach wieder gesund meldet, dass wir auch ein bisschen Optionen haben, gerade in der englischen Woche, weil wir ja noch zwei Spiele vor der Brust haben. Fürth wünsche ich alles Gute, eine gute Mannschaft, spielen guten Fußball und wie gesagt, zu Recht da oben. Dankeschön. Dann kommen wir zu den Fragen, die habe ich jetzt hier vor mir liegen, von den mitgereisten Pressevertretern. Wir fangen an mit Jens Wannemacher vom Darmstädter Echo. Er möchte wissen, nach großen Problemen in der Anfangsphase ein Klassenspiel, wo wurde der Schalter umgelegt? Ja, ich habe es ja eben gesagt, wir sind auf eine Mannschaft getroffen, die mit sehr viel Selbstvertrauen gekommen ist und weil sie auch da oben stehen und zu Recht da oben stehen und wir kommen aus zwei Niederlagen. Ja, da haben wir in zwei, drei Situationen nicht gut ausgesehen, wobei Schuh eigentlich nur einmal eingreifen muss. Die anderen Aktionen gingen nicht wirklich aufs Tor und trotzdem waren es gute Möglichkeiten. Aber wir hatten auch unsere Möglichkeiten und den Schalter umgelegt, glaube ich, war dann, dass wir dann noch diese Ruhe gehabt haben, auch im Ballbesitzspiel und dass wir dann auch Möglichkeiten nach vorne für uns entwickelt haben. Und ich denke an Marvin, zum Beispiel der Ball, der über die Kette geht, den Marvin schon ein bisschen besser mitnehmen kann. Ich denke an die Aktion, wo Tobi alleine auf dem Torwart zugeht, die Aktion, wo Tobi dann querlegt auf Marvin, der alleine vom Torwart ist. Ich glaube schon, dass wir auch nach vorne hin immer wieder gefährlich waren und schießen dann auch zwei Tore. Und ja, manchmal muss auch ein Spiel so laufen und in dem Moment ist es halt so gelaufen. Und die Jungs haben das auch gefühlt auch ein Stück erzwungen, weil irgendwann bist du halt auch mal dran, dass du dich halt belohnst. Und dazu gehört halt auch mal, dass du in der Anfangsphase von fünf Minuten ungefähr fünf bis zehn Minuten auch überstehst, ohne dass der Gegner dich jetzt permanent auseinandergespielt hat. Und das war jetzt auch nicht so. Die eine oder andere Frage, die jetzt kommt, die hast du in deinem Eingangsstatement schon ein bisschen angerissen. Ich stelle sie trotzdem. Stefan Köhnlein, Kicker und Dielenblock, was war heute da, was in den letzten Spielen gefehlt hat und wie wichtig war der Sieg heute? Ja, Siege sind immer wichtig. Aber die Art und Weise, wie die Jungs dann auch nach diesen zwei Niederlagen jetzt aufgetreten sind, das war schon gut, war schon beeindruckend. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, was wir die letzten Wochen noch immer wieder hatten, wo wir vom Platz runtergekommen sind, auch wichtig ist. Dass du weißt, dass du die Spiele auch anders gestalten hättest können. Und was dir dann auch immer fehlt, ist dieses Momentum, dass du dann auch mal dein Tor machst aus den Situationen, die du dann auch kreierst. Und das haben wir halt heute gemacht. Wobei wir, wie gesagt, die zwei richtig guten Torchancen, zwei hundertprozentigen Torchancen, die wir hatten alleine auf dem Torwart, die haben wir nicht gemacht. Und die anderen haben wir halt gemacht. Und das ist halt auch entscheidend, dass du halt auch mal in solchen Phasen das Tor machst. Und das ist heute gelungen. Und da sind wir auch sehr glücklich drüber. Wie schwer war es denn nach den letzten Spielen, in denen sich die Mannschaft halt eben nicht entsprechend belohnt hat, mit Punkten heute so mutig aufzutreten? Ja, ich habe ja eben gesagt, dieses Gefühl, was wir auch gegen Hamburg hatten und dieses Gefühl, was wir in Düsseldorf hatten, wo auch viel, viel Wut und Enttäuschung nach dem Spiel war, weil wir die klar bessere Mannschaft waren. Das zeigt uns aber auch, dass wir in der Lage sind, Spiele so zu gestalten. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Das brauchen die Jungs halt auch. Und deswegen ist es schwierig, klar, wenn du so zwei Niederlagen hinter dir hast. Aber auf der anderen Seite brauchst du ein Gefühl, dass du auch Spiele gewinnen kannst. Und das hatten wir trotz alledem nach wie vor. Und es ist kein Selbstläufer und gerade hier in Fürth nicht. Und dann brauchst du, wie gesagt, dieses Momentum, was ich schon ein paar Mal angesprochen habe jetzt. Und das haben wir auf unserer Seite gehabt. Und ja, bin ich auch glücklich mit, dass wir das Spiel heute dann auch zu Null für uns entschieden haben, obwohl wir viele Flanken und Eckbälle noch verteidigen mussten. Aber das haben die Jungs dann auch in Unterzahl richtig gut gemacht. Und letzte Frage. Du hast gerade die Gelb-Rote für Lukas May schon erwähnt. Aber wie sehr wurmt dich denn die Hinausstellung für ihn? Ja, es ärgert halt, weil unsere Personaldecke ist sowieso sehr dünn. Das haben wir heute auch wieder gesehen. Wir mussten dann auch schneller runterholen. Und haben Rappo ein paar Minuten geben können nach seiner Verletzung. Und ja, ich hoffe, dass der ein oder andere Spieler wiederkommt und auch in den nächsten zwei Spielen dann auch, dass wir da auch vielleicht dem einen oder anderen Spieler dann mal eine Möglichkeit geben können, vielleicht ein paar Minuten weniger zu spielen. Weil es ist ja eigentlich keine große Winterpause, sondern wir haben ja dann nur eine kurze Übergangsphase und direkt schon wieder am 2. Januar ein Spiel. Ja, es ist natürlich ärgerlich, wenn Spiele ausfallen. Aber Hermi hat die Gelb-Rote Karte bekommen, stand uns heute nicht zur Verfügung. Matze Bader war nicht dabei. Die rechte Seite musste von Tim bespielt werden, der es richtig gut gemacht hat. Und ja, jetzt haben wir halt in der Innenverteidigung, wo wir halt vorher auch schon immer wieder Probleme hatten, haben wir halt auch wieder einen Spieler weniger. Ja, das ärgert natürlich, muss man schon sagen. Gut, dann war es das mit Teil 1 der Pressekonferenz. Wir übergeben den Staffelstab an unsere Kollegen aus Fürth. Danke, schönen Abend noch. Gut, damit dann herzlich willkommen zum zweiten Teil der Pressekonferenz, zum vierter Teil, zu der ich unseren Trainer Stefan Leitl recht herzlich begrüße. Und Stefan, wie üblich, um dein Fazit bitte. Ja, danke, Manuel. Erstmal Glückwunsch an Markus und seine Mannschaft zum Sieg. Ja, wir sind alle extrem enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war in der Form auch nicht zu erwarten. Vor allem nicht nach der Reaktion nach dem Heidenheim-Spiel mit dem Sieg in Sandhausen, mit einer sehr disziplinierten Leistung und einem sehr disziplinierten Auftritt. War das heute für uns so nicht zu erwarten. Ich glaube, Fazit für das Spiel, es ist auch schnell erzählt. Ja, wir müssen in Führung gehen, die ersten zehn Minuten. Das ist ganz klar, da brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Ich glaube, wenn wir zwei der vier Dinge nutzen, dann ist es auch okay, wenn du 2-0 führst. Also, erster Schuss Richtung Tor, abgefälscht, linker Fuß, langes Kreuz, Eck 1-0. 0-2, ich will flanken, Ball springt auf, auf Schienbein, Bogenlampe 2-0. Das waren dann die zwei Tore. Und ja, nach der Halbzeit gleiches Bild. Wir kommen gut raus, haben 1-2 gute Möglichkeiten und verteidigen einmal die Tiefe schwach 0-3. Ja, und dann 0-4 aus einer Standardsituation war dann noch das I-Tüpfelchen, glaube ich. Und um das Ganze zusammenzufassen und auch in aller Deutlichkeit, 0-4 zu Hause geht gar nicht. Und eine Spitzenmannschaft, möchte ich auch in dieser Deutlichkeit nochmal sagen, verliert auch nicht 0-4 zu Hause. Punkt. Kommen wir zu den Fragen, die erste von Nico Gehleff, Bild Nürnberg, woran es lag, dass die Mannschaft nach gutem Beginn oder eigentlich gutem Beginn heute so deutlich verloren hat, haben wir, glaube ich, gerade eben schon zusammengefasst. Deswegen Frage 2, befürchtest du jetzt einen Knacks für das junge Team? Nein, ich befürchte keinen Knacks, weil ich ja auch schon permanent darauf hinweise, dass jedes Spiel für uns eine Herausforderung ist. Und wir brauchen absolute Disziplin und wir brauchen absoluten Teamgedanken, um Spiele für uns zu entscheiden. Und das ist wichtig. Und nochmal, du kannst mal Pech haben und kannst vielleicht zwei Tore kriegen, so wie heute, aber nochmal, dann verliere ich vielleicht 0-2 oder 1-2 und ich komme nochmal ran und kriege nicht in einem Heimspiel vier Tore. Bei allem Respekt den Darmstädtern gegenüber, die waren auch keine vier Tore besser als wir, aber das hat einfach was damit zu tun, dass ich mich mit meiner Materie beschäftige und eben absolute Leistung auf den Platz bringe. An die vorherige Frage anschließend von Neko Gehleff, wie baust du die Jungs jetzt wieder auf? Ich weiß nicht, ob wir Aufbauarbeit leisten müssen. Jedem muss klar sein, dass wir uns so nicht präsentieren können wie heute. Und jetzt geht es darum, Eigenverantwortung zu übernehmen, regenerieren, schnell fit werden, um in drei Tagen wieder zu spielen. Wir spielen am Samstag in Braunschweig, wir brauchen jetzt nicht lange an dieser Niederlage knabbern. Das ist jetzt auch schon erledigt, nochmal in aller Deutlichkeit. Für mich ein No-Go, 0-4 geht überhaupt nicht zu Hause und deswegen ist es jetzt auch heute vorbei. Und dann voller Fokus auf Braunschweig und versuchen einfach mit frischen Beinen und einem guten Kopf in das Spiel zu gehen, um wieder zu punkten. Und das ist ja auch ein Thema, was ich auch schon die ganze Zeit anspreche. Jeden Punkt, den wir mitnehmen können, und nochmal, das soll uns jetzt auch klar sein, den müssen wir mitnehmen. Kommen wir zu Fabian Istl vom Kicker. Worauf führst du das heute zurück, dass die Abwehr nicht so sattelfest war wie noch am Freitag in Sandhausen? Ja, ich führe das nicht nur auf die Abwehr zurück, sondern wir verteidigen im Gesamtverbund. Und wir haben im Gesamtverbund nicht so diszipliniert verteidigt, wie die Spiele davor. Kommen wir zu Georgius Zakaridis von Frankenfernsehen. Frage 1, du hast immer betont, dass es gerade mit einer jungen Mannschaft auch Rückschläge geben kann. War das Ergebnis heute exemplarisch für diese Prognose? Ich glaube, das haben wir schon beantwortet. Deswegen Frage 2. Welche Rolle hat fehlende Frische bzw. die steigende Belastung in der englischen Woche heute gespielt? Ja, wir brauchen jetzt nicht um irgendwelche Ausreden uns kümmern, weil wir jetzt eine englische Woche haben. Das haben andere Mannschaften auch und deshalb fertig. Es geht um Fokussierung auf meinen Job und einfach um alles dafür zu tun. Und das habe ich auch mehrmals jetzt schon betont. Ich muss alles dafür tun, damit ich am Wochenende bzw. unter der Woche maximale Frische habe und maximale Leistung für die Spielvereinigung und für meine Mannschaft geben kann. Fertig. Und das erwarte ich von meinen Jungs. Und das ist zwingend notwendig, um zu punkten in dieser Liga. Und deshalb bin ich auch heute etwas wütender als sonst, weil nochmal, und jetzt habe ich es glaube ich schon zum fünften oder sechsten Mal gesagt, ja, ich verliere nicht 0 zu 4 zu Hause. Abschließende Frage, ob im Anschluss an so eine Partie in der Kabine bereits analysiert wird oder lässt man sich unter Mannschaft lieber eine Nacht Zeit? Ja, ich bin ja schon etwas emotionaler. Deswegen wurde es jetzt auch in der Kabine analysiert. Aber für mich ist das jetzt auch vorbei. Wir brauchen uns die einzelnen Bilder oder mehr doch. Das 0-3 werden wir uns auf alle Fälle anschauen. Aber diese zwei Glücksmomente der Darmstädter schauen wir uns nicht mehr an. Dann die finalen Fragen, die von Thomas Gröbner, Süddeutsche, und Florian Jennemann unisono gestellt waren oder wurden. Was mit Emil Berggren war, warum er ein- und ausgewechselt wurde, ob er angeschlagen ist oder eine Vorsichtsmaßnahme? Nein, es liegt wahrscheinlich eine Adduktorenverletzung vor und er konnte nicht weiterspielen. Und deswegen haben wir ihn dann wieder runtergenommen. Dann danke dir, Stefan. Allen jetzt noch einen angenehmen Nachhauseweg, sofern sie noch im Stadion sind. und ansonsten bis bald. Und für die hiesigen Journalisten, nächste Pressekonferenz am Donnerstag um 15.30 Uhr. Bis dahin, macht es gut.